Haben wir schon erwähnt, dass Blocky bei 100 Daumen nach oben nackt wird jetzt nackt. Nackt! Nochmal Betonung auf nackt! Ja, nackt! Hallöche meine Bros und Proudins und herzlich willkommen zu Minecraft Bad Wars. Soll das jetzt die ganze Folge so gehen oder willst du auch irgendwie deine Zuschauer halten? Ich dachte schon, dass das eigentlich ganz gut kommt, dachte ich. Ne? Findest du ne? Ich find's schon richtig heftig. Bist du mit unterwegs bei grün oder was? Ne, ich freu dich auf rot. Obwohl er kommt nicht. Ich geh zu grün. Jetzt kam er gerade, der rote. Habe ich. Dies geht weg! Dies geht weg! Was will der Gelbe jetzt hier? Warum zerstört er mich? Bist du behindert, Junge? Was ist los? Okay. Rot bei uns! Rot bei uns! Bett nicht zugebaut! Rot bei uns! Hab ihn. Dies. Okay, ich hab den einen grün, der sich noch ne Spitzhacke geholt hat. Halbes Herz. Okay. Du hast ihn, ja? Ja, ja. Unseren Dude hier hab ich. Den hab ich unter Kontrolle hier erhalten. Okay, grün ist schon mal raus. Kommt da noch ein roter? Ne. Alles gut, ich stell mal grad zwei Kisten vor die Tür. Ja, mach das mal. So, zur Sicherheit. Ich mach mal einen Ticken besser. Okay, gelb ist grad in the middle of life. Okay. Und press zu rot. Okay. Okay. So. Zwei Kisten im Stern. Unser blauer ist das. Okay. Zwei Kisten im Stern. Ach, ihr seid beide bei Rot? Äh, ja. Mit Gelb zusammen. Ich zu gelb. Wow! Was war das denn für ne lappische Aktion, Alter? Ich zu gelb. Wow! Ich zu gelb. Wow! Ich zu gelb. Wow! Ich zu gelb. Ich hab den Blockler gemacht. Blockler gemacht. Blockler gemacht. Yeah, yeah, yeah. Ich steh voll drauf, den Blockler zu machen. Weißt du warum? Na? Weil nach mir benannt ist. Ah. Das ist Grund genug für mich. Ich zeig dich in dieser Runde auch was leisten. Wir sind jetzt bei Gelb. Ich hab einen getötet. Einen. Wie? Was ist los? Wartet doch mal auf mich. Ich bin gerade erst angekommen, Leute. Ah, den töte ich. Den töte ich. Ohhhh. Mein Kel. Mein Kel. Alter, was ein Team. Was ein Team. Heftig. Heftig. Geh. Unglaublich. Zu dem G. Oder auch GG. Ich mein, ich hab das Gefühl gehabt, du warst in dieser Runde der Schlechteste. Und, man muss ja sagen. Der Beste sogleich. Du bist, nein, du bist nicht. Du bist schon ein guter Betto-Spieler. Und wenn du schon der Schlechteste aus unserem Team warst. Heute in der Runde. Alter. Monster Team. Monster Team. Monster Team. Monster Team. Aber du hast hinten dicht gehalten einmal, ne? Ja, ja. Ich hab unser Bett gesaved, möchte ich sagen. Ja, das war auch sehr wichtig. Gesaved. Bett nicht zugebaut. Rot bei uns. Hab ihn. Ries. Na dann waren wir vielleicht doch alle irgendwie sehr, sehr wichtig. Wir waren alle sehr wichtig. Richtig wichtig. Richtig. Richtig. Krass. Richtig. Besser als wir und René. Besser als Krustenbraten. Besser als ein rotierter Krustenbraten. Ein rotierender Krustenbraten. Fick. Da war Fick drin. Nervig. Hast du gehört? Ja. Krass, ne? Bist du ein... Du bist nur zu zweit nicht. Nice. Jetzt kommt die... Jetzt kommt die harte Herausforderung. GG. Okay. Mal sehen. Jetzt wäre noch richtig heftig, wenn unser Teamkamerad von vorhin... Irgendwo anders ist. Mal. Ja. Ich mach mal zwei Kisten vor die Dings. Okay. Jetzt schon. Da wir in Unterzahl sind, könnte das ein bisschen heikel werden. Wir sind trotzdem die Freakin' Ersten in der Mitte. Wow! Wir sind... Ich mein, da ist noch einer. So ein Teddybär. So einer mit richtig komischen Skin. Aber, ey. Ich sag mal so... Hä? Sind die Team oder was? Hi. Ah, fuck. Was los bei dir, Digga? Lass mich mal hier durch, bitte. Ich bin ruhig, ich bin ruhig, ich bin ruhig, ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Woah! Nee, da kam noch einer mit so einem Steak an. Ja! Wer denn jetzt müde? Ah! Ah! Hallo, get rekt, man. Geh mal runter hier. Blau, geh mal weg hier. Ich hab hier die ganze Arbeit geleistet, du Arschkind. Richtig. Hey! 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 Wuh! Ich bin runter, nein! Aber ich hab... Der stinkt mit dem Schwert. Da hab ich so einen richtig ekligen Steak. Bist du auch am runterfallen? Nicht in der Kombo, nein! Ja, jetzt! Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Der hackt! Ja, 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 ich bin auch runter. Ich glaub, der hackt tatsächlich. Bist du schon wieder da? Ja, ich bin runter. Er hat mir in der Spawn Trap. Kann ich's machen. Ich hab... Jetzt bist du nicht in der Spawn Trap gerade. Hier, komm, komm, rauf auf ihn, rauf auf ihn. Er kann ja nicht mehr viel Leben haben, Mann. Ah, wir haben ihn. Oh, wow. Wow, 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 wow. Oh, ist ja eklig gewesen grad. Oh, mal Eisen. Ja, ja, ich geb dir gleich alles ab. Äh, hier ist ein Sperr natürlich. Okay. Ah, ich hab's aufgehoben. Ach, ich bin zurückgebacken. Und ne Rüstung geb ich dir auch noch. Dankeschön. Hier? Dankeschön. Aber er hat nichts geschafft an unserem Bett, ne? Nee. Schon mal ganz gut. Dann musst du uns ja irgendwie bei Laune halten. Oh ja, ein Bogen. Irgendwer hat ein Bogen. Au, aua. Grün. Och. Wie trifft der denn bitte so direkt aus der Entfernung? Gibt's doch gar nicht. Hier vorne ist er erstmal so ein bisschen geschützt. Affenkind, ein Affenkind. Also unser, unser Villager. Hm. Mach mal, ich schaffe ihn von hinten zu holen. Jaja, komm, der guckt grad nicht. Oh, nice. Wer war das Gold? Ich hab acht Gold, äh, grün. Ach, gelb ist schon weg. Scheiße. Das war du. So, jetzt mal Bögel. Achtung, Dings. Jaja, ich versuch zu halten. Schon so, dass einer zu uns kommt. Ein Grüner, glaub ich. Ja, ein Grüner kommt zu uns. Okay. Er ist da, er ist da, er ist da. Naja, ne, nicht wirklich. Aber er ist dick, ne? Pass auf. Ja. Ich hab vier Gold noch. Kommt noch einer, noch einer, noch einer. Was? Ich hatte ein halbes, oh Gott. Nice. Warte, den hole ich. Okay. Ich geh da nicht hin. Ich geh da keine Sekunde hin. Hast du einen Bogen? Ne, noch nicht. Ich kann noch nicht dazu. Ich will den noch ein Auge behalten. Okay, warte, hol ihn dir. Hol ihn dir. Ich bleib hier. Okay. Sag. Jetzt kommen jetzt zwei. Jetzt sind jetzt zwei gleich da. Hast du? Ja. Okay, nice. Nice, nice, nice. Sehr gut, ich geh rüber. Hab ihn. Oder du? Ich hab ihn. Ja. Okay, sehr gut. Dann bauen wir am besten diesen Schutzfall da wieder weg. Wenn du ne Spitzhack gehst. Ich hab keine, aber ich kann mal eine holen stellen. Müssen aufpassen, dass die jetzt nicht kommen. Ah, fuck. Zwei blaue. Ah, Mist. Das Bett vom Blau ist ja eh schon weg, ne? Weiß ich nicht. Ja, doch, doch. Da wär ich eben fast reingef... Alter, dieses Zurückbacken ist heute noch schlimmer als sonst. Ja, ist richtig. Ist echt krass. Irgendwer teleportet sich grad hier. Was ist da los? Keine Ahnung. Ich hätt die beiden Grünen grad eigentlich ganz gut. Er hat natürlich auch ne Rüstung an. Aber bei uns Stärkebogen. Sollte schaffbar sein. Ich hab ein Grün runter. Nice. Beide Grün runter, beide Grün runter. Nice. Immer Blau werd ich mich mal drum kümmern grad. Komm aber nicht zu den hin, leider. Brauchst du Blöcke? Ich hab Blöcke. Ja, ist egal. Ich hab kaum Leben. Ich geh lieber zu Blau und versuch noch einen von denen mit runter zu nehmen. Hat geklappt? Ne, nicht ganz. Wow, wow. Der hat hier nen Bogen. Hilfe! Ich hab richtig Angst. Das war der eine Grün, der sich geportet hat, glaub ich. Okay. Hab einen. Ja, nice. Ne, der andere hat noch nen Bogen, ne? Weiß ich nicht. Hab ihn. Kommt aber auch gerade. Hab ihn runter. Nice. Perfekt. Der hat noch einen Bogen. Der hat noch einen Bogen. Ich werd immer noch getroffen von irgendwen. Ah, fuck. Immer noch? Ja. Da muss in der Base der Typ sein. Oder wo ist der? Hä? Sind das sind... Ah ja, grün sind ja drei, ne? Ja, ja. Okay, in der Mitte sind welche. Achtung, Achtung. Auspassen. Na ja. Wenn du grad mal die Lederrüstung noch holen. Ah, ich hab Blau ein bisschen gut gehittet, aber das war's auch schon. Habst du gesehen? Warte mal, einer wurde vernichtet grad. Aus irgendeinem Grund wahrscheinlich nen Bogenschuss. Blau wurde komplett vernichtet. Jetzt müssen wir uns gegen Grün battlen, die nen Bogen haben und in Überzahl sind. Ja. Das wird heftig. Das wird richtig heftig. Ähm, als allererstes... Wartet sich doch schon wieder einer. Au. Au. Habe ihn down, den Bogen. Ja. Aber einer hat sich grad zurückgefordert, die werden gleich wieder Bogen haben. Okay, ich hab das Bett ein bisschen zugemacht. Bei uns? Ja. Noch ein bisschen weiter. Nice. Bin in der Mitte und safe hier soweit. Sehr gut. Du hast da auch nen Bogen, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, wie lange ich's halten kann. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich hab zwar keine Ausrüstung oder so, also nur so ein bisschen Stöckchen und so. Aber ich geh jetzt zu denen. Versuch du in der Zeit, wenn du genug Gold hast, nochmal ein bisschen Reserven anzulegen. Ja. So, ich geh jetzt hin. Die bauen sich doch grad so nen Wall. Die müssen grad unaufmerksam. Ich bin jetzt auf der Eiseninsel. Ich seh's. Ich baue den Weg ab einfach. Dass die nicht mehr rüber kommen. Dann haben wir genug Zeit. Okay. Und ich halt hier Wache kurz. Viel Gold hast du? Oder wollen wir angreifen? Ich hab jetzt acht Gold. Ich wollte sie gerne erstmal saven, bevor wir angreifen. Ja, genau. Dann save erstmal. Viel können die nicht machen. Die bekommen kein neues Eisen mehr. Hier kam grad noch mal eine Fuhre. Zwölf Gold. Okay, nice. Oh, jetzt ist meine Maus verzogen, Alter. Hallo. Ne, halb. Einfach nur halb. Achso, ich brauch noch ne Truhe. Damn. Wieso, brauchst du noch irgendwas? Nein, hab ich runter. Okay. Sie sind in der Mitte jetzt. Also auf der Eiseninsel. Haben mich. Okay, okay, okay. Achtung, einer kommt. Und er kommt. Den kannst du abschießen jetzt. Nice. Bin wieder in der Mitte. Ah, fuck. Hier ist ein Block im Weg. Aber ich hab... Ich renne einfach mit der Faust hin und ärgere die so ein bisschen. Okay. Der eine in der Mitte muss weg auf jeden Fall. Außer kommt noch einer. Ja, ich bin runter schon. Oh, der wird mich... Soll ich mich mal ausrüsten? Wo hast du das Gold? In der Truhe. Neben dem Dings. Okay, ich hol mir mal auch nen Bogen. Oh. Oh, ich hab sie alle down. Alle down. Ja, nice. Halt nur ganz kurz, dann komm ich zur Unterstützung. Nein, ich bin runter gefallen. Was war das denn? Ich hab doch gesneakt. Auf ner Schufe? Ja, wahrscheinlich. Ja. Oh, damn. Ich hab Bogen und so weiter. Okay. Ich hol mir auch noch schnell nen Bogen wieder. Fuck. Der eine hab ich runter. Ah, fuck. Zwei sind in der Mitte. Einer will zurückgehen. Einer schafft es zurück zu gehen, glaub ich. Schlecht, 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 schlecht. Einer kommt her, einer kommt her, einer kommt her. Ich krieg ihn nicht, ich krieg ihn nicht. Erst bei uns, erst bei uns, erst bei uns. Erst bei uns? Auf der Silberinsel, ja. Ich wollte mich auf den anderen konzentrieren. Kriegst du, kriegst du, kriegst du? Zumindest erst mal uns gesaved? Ich versuch's grad, aber er baut sich schon da so nen Schutzwall. Okay, ich greif an. Also auf, aber... Ach, komm schon. Ich krieg ihn da so ein bisschen raus aus dem Schutzwall, glaub ich. Nee, nicht wirklich. Ich geh mit Schwert und Rüstung hin. Hol ich den Tiger. Nice. In der Mitte ist irgendwer. Nur mit Schlagstoff und so. Hab ich? Nice. Nur noch der eine mit Bogen wahrscheinlich. Pass auf. Er hat nur ein Stöckchen gehabt, ne? Ja. Okay, welcher unter dir? Das ist der mit dem Bogen. Den krieg ich nicht, den krieg ich nicht. Schade. Aber ich hab ein paar jetzt mitgegeben. Ach, die haben einen Bogen. Damn. Ja. Wo bist du? Bist du auf der Silberinsel? Achtung, 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 Achtung. Ganz viele da. Ich seh's. Geh weg, Mann! Fuck. Oh, fuck, fuck, fuck. Die werden sich richtig gut. Hast du Essen? Ja. Kannst du es gleich in der ruhigen Phase so ein bisschen was droppen? Achtung, es kommt einer, es kommt einer. Ich hab hinten was gedroppt unter der Mauer. Okay, nice. Bin gleich tot. Ah, fuck, jetzt haben die zwei Böden, glaub ich. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ah, ich bin down, ich bin down. Hast du gesehen? Ich hab nur noch ein halbes Herz. Versuch jetzt. Versuch jetzt irgendwie noch kurz zu halten. Ach nee. Mann. Dieser Bogendude. Ich bin schneller in der Mitte als die, glaub ich. Wir haben nix. Ja, 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 ja. Ich bin in der Mitte. Ich mach uns erstmal Waffenrüstung. Ich hab zumindest denen das Gold erstmal wegnehmen können. Nice. Ich versuch zu blau zu gehen. Weil nur da komm ich gerade hin. Ah, fuck. Aber zumindest haben die das Gold nicht bekommen. Einer ist hier. Bei dir? Oh, ich fall runter, ich fall runter, ich fall runter. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Hast du? Oh, fuck, 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 der wird mich kriegen. Ja, hat mich. Ich hab ihn, ich hab ihn. Gut, 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 gut. Der, der mit Bogen ist hier. Scheiße. Hab ich einen Hit gegeben. Zwei Hits. Oh, der spammt aber auch das. Hä? Keine Ahnung. Wir haben einen runter. Wo kam der her? Hier. Ja, aber wo war der? Wo kam der her? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und das ist jetzt richtig asozial. Wir haben noch einen Bogen. Ich bin da auch. Wir haben noch einen Bogen. Ich bin da auch. Ja, ich auch. Zu schnell war der da. Nice. GG. Aber wir haben gut gekämpft, wir haben gut gekämpft. Ich denke auch. Endlich mal Gegner gehabt. Ist doch auch nett. GG. Ähm, jo. Das läuft doch ganz, ganz gut. Aber wir sind zu zweit waren auch okay. Ich denke auch, wir haben uns ganz gut geschlagen können. Wir haben ja auch, haben wir Teams ausgelöscht? Ja, eigentlich schon, ne? Ich weiß gar nicht. Ich denke schon. Keine Ahnung. Aber okay. Black Edition. Ich kriege erst erstmal eine Meldung. Kann ich nicht, jetzt kann ich nicht mehr Chatlog machen. Schade. Ist egal. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und vielen Dank, dass du dabei warst, Herr Flo. Sehr gerne. Und schaut auch gerne beim Flo vorbei, denn da wird richtig rotiert, möchte ich sagen. Richtig rotiert. Richtig rotiert. Richtig rotiert. Schade gerne vorbei. Ich würde mich wirklich freuen. Ja. Dankeschön. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst doch eine wunderprächtige, positive Bewertung. Das würde mich auch sehr froh. Dann hüpfe ich wieder am Dreieck. Und teils noch. Dann rotiert der Block da wieder. Ich rotiere nackt. Nackt. Bei wie vielen Daumen hoch? Bei... 1000 Daumen hoch. Bei 1000. Bei 1000. Bei 1000 Daumen hoch werde ich nackt rotieren. Da rotierst du nackt. Nackt rotieren. Nackt rotieren. Und jetzt sagen wir 100. Bei 100 Daumen rotiere ich nackt. Okay. 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 Gut. Freut mich. Ja, dann war's das für diese Folge. Vielen Dank. Vergesst nicht zu bewerten, falls ihr mich nackt rotieren sehen möchtet. Oho. Haben wir schon erwähnt, dass Blocky bei 100 Daumen nach oben nackt. 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 Nochmal Betonung auf nackt. Ja, nackt. Und rotieren. Ja. Gut. Dann war's das. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020